Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 25. Oktober 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1262, heute mit den folgenden Themen. Ikea, Apple App Store, KeyPass XC, EU und Huawei Pocket S. Ich starte gleich mit Ikea und da gibt es schöne Neuigkeiten für all diejenigen von unter euch, die in Deutschland leben. Wie es in Österreich ausschaut, weiss ich gerade nicht. Ich weiss aber, dass es in der Schweiz traurig ausschaut. Denn der HomePod, der Ikea Dirigera Hub, das ist der neue Smart Home Hub, der flacher und dafür breiter ist, mehr Möglichkeiten hat, Matter integriert hat und ZigBee 3, der ist jetzt endlich im Store zu kaufen. Ihr könnt das Ganze ab 59,99 Euro shoppen und auch die neue Ikea Home Smart App ist da. Sie könnt ihr jetzt nutzen und das Gerät einrichten. Ich freue mich schon auf meins, wenn es dann auch hier in der Schweiz ankommt. Dann gibt es Neuigkeiten zu Apple. Ihr habt ja sicherlich alle gestern Abend fleissig die Updates runtergeladen, sofern ihr natürlich Apple-Geräte besitzt und oder nicht einfach vorsichtig wartet. Und die ersten irgendwo reinlaufen lasst, falls es irgendwo Fehler geben sollte. Ich habe Telefon 1, 2, 3 schon geupdatet, gehe nach Hause und mache dann noch das von den Töchtern und der Frau. Zwei iPads sind auch schon. Es ging richtig schnell und dass trotzdem das sonst immer um 19 Uhr das Ganze eher ein bisschen langsam vonstatten gab. Was gab es? Apple iOS 16.1, iPadOS 16.1, MacOS Ventura, TVOS 16.1, WatchOS 9.1 und die neue HomePod-Software auch auf 16.1. Mein Mac habe ich noch nicht auf Ventura gemacht. Mein altes MacBook macht das nicht mehr mit. Und mein Mac Mini ist mein Podcast-Rechner. Da werde ich noch ein Weilchen abwarten, um zuallererst all die ganzen Audio-Apps zu testen. Weil das sind die Dinger, die immer ein bisschen länger brauchen, bis sie dann auch kompatibel zu neuen MacOS oder auch Windows-Softwaren sind. Deshalb bin ich da mit dem vorsichtiger. Was passiert sonst noch am 25. Oktober? Also heute gibt es Neuigkeiten, nämlich ein Talk mit dem Craig Federighi und dem Greg Josviak. Ich kann die Namen hier richtig aussprechen, dass man sich anschauen kann. Es geht unter anderem um Updates und den Stage Manager. Am 26. kommen die neuen iPads, die iPad Pro und das iPad 10 in den Handel. Am 27. was haben wir da nochmals? Es gibt die Quartalszahlen. Da freut sich der Aktionär in denjenigen, die unter euch auch da investiert sind. Und am 4. November ist dann so weit, da kommt die neueste Apple TV 4K der dritten Generation online. Also es gibt einiges Neues in dem Bereich. Auch Neues gibt es ab heute, nämlich Werbung im App Store. Falls ihr heute in den App Store geht, gibt es da ein neues Tab, das irgendwie, genau, das Heute-Tab. Da drin könnte Werbung auftauchen. Es wird blau hinterlegt und mit dem Ad-Icon angemerkt, sodass ihr merkt, dass das Werbung ist. Lasst mich wissen, falls euch da was auffällt. Ich werde natürlich auch reinschauen. Neuigkeiten gibt es zum freien Passwort-Manager, dem KeyPassXC, den ihr auf macOS nutzen könnt. Der hat ein Update rausgehauen, wer es nutzt, unbedingt installieren. Besserer Import von OnePassword-Dateien für all diejenigen, die da rausgehen möchten. Und noch einige andere Geschichten, die angepasst respektive verbessert wurden. Auch ein Update gab es für die Linux-Version. Dann hat gestern die EU jetzt endgültig die Geschichte mit USB-C besiegelt und das Ganze unter Dach und Fach gebracht. Ab 2024 soll es nämlich soweit sein. Dann sollen Mobiltelefone, Tablets, E-Book-Reader, digitale Fotoapparate, Videospielkonsolen, Kopfhörer, Ohrhörer und tragbare Lautsprecher sowie kabellose Mäuse und Tastaturen und tragbare Navigationssysteme allesamt mit USB-C ausgeliefert werden. Kann ansonsten nicht in der Verkaufsregal landen. Ich bin ja mal gespannt. Dann gibt es erste Gerüchte zu einem Start in China, nämlich das Huawei Pocket S, das neue Club-Smartphone. Dabei habe ich mein Club-Dings, das Pocket 50p, noch gar nicht fertig reviewt. Und dann kommt Huawei anscheinend schon laut Gerüchten, Achtung, Achtung, Gerüchte, mit einem neuen Gerät ums Eck. Was ist daran speziell? Es soll verschiedene Farben haben und unter anderem Pink, Blau, Grün oder Gelb. Und es soll mit dem SoC Qualcomm Snapdragon 888, dem 4G-Version, erscheinen. Na dann, schauen wir mal, ob das auch bis zu uns kommen wird. Das war es mit den Neuigkeiten für heute. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Start in den Tag und solltet ihr noch kein Update gemacht haben. Auch auf anderen Systemen. Denkt daran, macht vielleicht wieder mal das Sein oder andere Backup. In diesem Sinne, bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.